Hallöchen, heute jetzt den Block ankragen. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne alles aufbrauchen und da Weihnachten immer näher rückt und ich gerne das Video euch vor Weihnachten noch zeigen möchte, fange ich jetzt mal damit an. Jetzt habe ich noch nicht vorgebastelt, ich will einfach dann jetzt gleich anfangen und zeige euch wieder zum Schluss, machen wir wieder welche zusammen, aber jetzt mache ich mir erstmal her, ich nehme weiterhin, habe ich immer noch ein paar zugeschnittene Sachen, hier sind aber auch noch lauter Reste, ich denke mal die passen ganz gut dazu, also das ist eben mal hier noch der alte von letztes Jahr, der ist hier von American Crafts, habe ich noch so ein paar Reste, hier ist auch noch mal, der hier, wobei da ist nicht mehr viel, aber dass ich mal meine Reste wegkriege, ihr wisst ja, damit ich nächstes Jahr nur noch nicht so ganz alte Sachen habe, okay, dann fangen wir mal an und ich breche mal die Sachen raus. So, ich habe jetzt schon alle Karten hier bastelt, bis auf hier die zwei Blätter, ach nee, es sind so ja noch drei, ach du Scheiße, ja, hm, na mal gucken, eigentlich wollte ich euch nur zwei übrig lassen, aber egal, vielleicht schaffe ich auch drei. Warte, guck mal, ich habe hier immer noch von vorher was liegen und ich muss mal die Kamera ein bisschen ausrichten und ja, würde ich sagen, starten wir mal mit dem hier und danach zeige ich euch, also wenn ich hier Lust mehr habe, dann zeige ich euch die Karten und ja, also wie gesagt, bei mir kommt jetzt hier nur noch, wenn überhaupt so Verbastelvideos, weil ich habe so viel und Weihnachten ist schon da und das ist echt schön. So, der kleine Meni hier, also ich habe hier immer so Kreise liegen, weil, also Hauptproblem ist halt bei denen hier finde ich, dass sie einfach zu unruhig sind, die Karten, ich mache das mal außerhalb der Kamera, die Dinger raus. Zu unruhig und auch zu, also wie gesagt, das sind ja hier vier verschiedene Papiermuster, das ist mir einfach zu unruhig und meistens auch zu dunkel, ich finde natürlich die Motive ganz süß so. Hier, die muss man natürlich immer ein bisschen beschnibbeln, der hier hat jetzt so ja so einen Rand. Und ja, auf mein letztes Video am Dienstag mit dem anderen DIY-Blog haben ja auch viele geschrieben, ihr kauft euch schon die Blöcke nicht mehr, naja, da seid ihr schon weiter als ich. Ich habe mich da verleiten lassen, ich habe die gekauft, weil letztes Jahr hatte ich glaube ich einen solchen, daraus habe ich aber nicht Karten gemacht, also früher habe ich ja eigentlich nur Mini-Alm gebastelt und ja, deshalb dachte ich, also gerade der hier, den fand ich irgendwie total süß. Von den Motiven, was ja auch so ist, aber die Untergründe habe ich mir nicht hier richtig angeguckt. So, und jetzt, wie gesagt, machen wir hier eine schlichte Karte, mal gucken, also den Hintergrund verwende ich, also am liebsten, also ich muss mal sagen, am liebsten würde ich alle Hintergründe nicht nehmen. So, also es gibt ganz wenige, also das wäre schön hier, oder nur das Papier, also einzeln wären die schön, aber so in Kombi finde ich es gruselig. Das Werk vielleicht auch nicht verwenden. Ich glaube, ich bin schon gleich fertig. Jetzt gucke ich mal noch, ob ich das irgendwie zerschneide und dann noch so ruflege. Aber bei den allermeisten Karten, die ich jetzt hier gemacht habe aus dem Block, bin ich schon an der Wahrheit geblieben, also an der Vorgabe hier. Aber ich habe es halt immer reduziert, ne, das ist so das große Geheimnis von den Blöcken, wenn ihr welche habt und die noch verbasteln wollt, einfach nur reduzieren, aufhellen. Ich überlege jetzt, aber ne, ich glaube, ich lasse das so. Ich glaube, ich habe mir ja hier beim Auseinandernehmen, habe ich mir ja schön, deswegen kann ich den leider. Wo das schöner wäre, aber so vielleicht, ja. Also wie gesagt, ihr seht, ich nehme dann die zur Hand, aber das sind vier Sterne, das ist schon wieder blöd, ne. Ich habe ja gesagt, immer drei. Drei Elemente macht sich gut und irgendwie im Dreieck anordnen und hier, also ich mache es jetzt einfach mit den anderen Sternen dann ungerade. So, aber ich habe mich eigentlich schon entschlossen, da kommen jetzt nur Sternehof und der Manne und ein schöner Stempel unten hin direkt auf die Karte. Der wäre zu groß. Der passt nur nicht, der wäre eigentlich gut. Wünschen, guten Rutsch, verstehe ich schon nicht. Wünschen, guten Rutsch fürs Neujahr. Und, achso, frohe Weihnachten, so ist es gemeint. Ja, ich bin schon noch ein bisschen müde, war. Schöne Weihnachten. Also, es gibt ja auch immer so Lieblingssprüche, die man dann immer verwendet. Aus jedem Set ist es so. Bei dem Set hier, wartet mal, mit einem Set von, ne, habe ich jetzt nicht hier, von Fgo oder Reier, wartet, oder was. Oh, ich bin heute echt nicht gut drauf, war. Also, da ist es ja so, dass mir schon der schöne Spruch, den ich immer am liebsten nehme, der ist mir schon weggeflogen. Also, der ist auseinandergebrochen, muss ich euch mal bei der Liegenheit zeigen. Ist ja einfach weggegangen, war. So, schnelle Karte. Und wie gesagt, bei dem ganzen Block, weil bei den Kartenwerten, wir sehen halt immer noch das Papier verwendet. Aber ich muss mal jetzt ehrlich sagen, guck mal, das sieht doch viel schöner so aus. Mal jetzt hier schön nicht das Untergrundpapier nehmen. Also, irgendwie haben sie da im Design. Ich habe heute gerade beim Kaffee, habe ich von Linko Liu, die hat ja auch so diverse Sachen. Mehr, also so in Reihe verbastelt, sag ich jetzt mal. Und die hat, oh, Stempelkissen immer zumachen. Die hat auch immer das Papier verwendet oder eben, die hat den Block ganz anders angehört. Ich bin ja wirklich Seite für Seite vorher, habe auch wirklich mich an der Seite sozusagen festgehalten. Und die hat das irgendwie anders gemacht. Die hat einfach sich erst mal den Aufleger gemacht. Und dann zieht hier voll ein, als ob der Kartstock noch richtig zieht. Zeigt mich hier schon vertan irgendwie. Also wie gesagt, die hat sich erst einen Aufleger gemacht, so. Irgendwie aus diesen Untergründen. Und dann hat sie sich so aus dem Block so die Motive rausgesucht. Naja, ist auch ein Weg, wahr? Aber war es eben nicht mein Weg. Aber mache ich vielleicht, nee, jetzt nicht mehr. Aber mit dem Lux-Blocken, Blöcken mache ich jetzt ja so. Jetzt muss ich irgendwie noch die Spitze da kaschieren. Die hier. Mal sehen. Ich habe ja auch noch die Zuckerstange. Vielleicht wäre es jetzt hier schickter gewesen, die Sterne nochmal auf 3D zu setzen. Aber wie gesagt, ich habe schon so viele dicke Karten. Ich zeige jetzt mal. Da kann ich nicht alles auf 3D setzen. Dann tut das alles. Obwohl, den setze ich jetzt auch auf 3D. Ich mache das doch nichts mehr. So ihr Lieben, ich habe jetzt doch mal ein bisschen Geschwindigkeit drin gemacht, weil so 5.000, ihr fühlt, Sterne aufkleben hatten mir dann doch ein bisschen lange gedauert. Ich will euch auch nicht langweilen. Ich habe das hier im Schnelldurchlauf gemacht. Lasst euch ein bisschen treiben, wie ich die Sterne hier aufklebe. Und wenn nicht, sehen wir uns dann dazwischen wieder. Also hören, nicht sehen. Ihr seht mich. Ich bin so zufrieden. Mir reicht die, so wie sie ist. Ist die hübsch? So, jetzt sind wir bei Karte Nummer 2. Da habe ich diesen Igel, das Blatt mit dem Igel, habe ich schon alles rausgetrennt und habe mir aus dem Untergrundpapier da den Kreis in der Mitte ausgestanzt. Dann habe ich mir noch einen weißen Kreis dazu ausgestanzt und drapiere mir die Sachen jetzt da so hin und her. Es dauert dann noch so seine Zeit, bis ich dann den richtigen Platz finde und am Ende wird es dann doch ganz anders. Aber schaut mal selber. Musik Amen. So, wie ihr seht, habe ich mich dann entschlossen, alles klein zu schneiden und so eine Art Restekarte eigentlich zu machen. Und ja, so hinterher denke ich, ja, ist eigentlich auch immer ein Weg, dieses komische Untergrundpapier zu verwenden. Einfach alles mal zerschneiden und so tun, als ob es Reste gewesen wären. Und so finde ich es dann echt irgendwie besser, wenn es nicht so großflächig getrennt ist, sondern so als Streifen. Ja, also mir gefällt es so. Ich hoffe euch auch. Musik Musik Ja, die Karte ist fertig. Und die kleinen Reste, die ich jetzt noch so habe, die verteile ich halt innen irgendwie so, dass es nett aussieht. Und so habe ich dann auch wirklich nichts weggeschmissen und habe dadurch jetzt auch wirklich nicht so viel mehr Karten, wie in dem Blog sind. Also ich habe jetzt 13 Karten, glaube ich insgesamt. Und ja, also wie gesagt, hätte mir auch schon früher kommen können, dass ich immer mal innen das einkleben kann. Aber ja, also habe ich es schon gemacht. Habe es ja auch teilweise auf dem Briefumschlag verklebt. Aber ja, zwischendurch verjesse ich das immer. Ich weiß auch nicht warum. Alles fertig. Und jetzt kommt die dritte Karte. Ich habe auch schon alles rausgebrochen. Und ja, gucke jetzt mal, wie ich den Aufleger verwende. Wie gesagt, mir fällt ja meistens das zweifarbige daran nicht. Deshalb habe ich das jetzt einfach komplett abgeschnitten. Im Prinzip ist ansonsten die Karte ziemlich ähnlich. Wobei, nee, also ich verteile natürlich die ganzen kleinen Elemente nicht so weitläufig auf der Karte, wie die das immer machen, da auf dem Vorschlag. Sondern ich habe mir wieder noch einen weißen Kreis ausgestanzt, damit sich das immer so ein bisschen abhebt. Ich mag das halt gerne. Und das hält die Karte ja auch auf. Dann habe ich mir hier so ein bisschen Band um den Aufleger gemacht. Und ja, dann setze ich einfach schon meine Kreise wieder auf. Vorher klebe ich natürlich den Aufleger auf, diesmal mit Formtape. Und dann ist, glaube ich, die Karte auch so weit fertig. Schaut mal selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, die Karte ist nun fertig im Prinzip. Jetzt noch wieder das In-Teil und danach kommen dann die ganzen anderen restlichen Karten, die ich außerhalb der Kamera gebastelt habe. Ihr Hasen, jetzt wieder live. Ihr habt gesehen, ich bin fertig. Ich habe jetzt dann doch drei Karten gemacht, weil halt, ja, ich keine vergessen hatte. Aber ist ja auch okay. Ihr wolltet ja zuschauen dafür, aber im Schnelldurchlauf. Also, wir haben den Blog jetzt komplett verbastelt. Yeah! Kein DIY-Blog mehr. Ich bin so happy. Als nächstes kommen die Luxblöcke dran. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Bock habt, nach Weihnachten so weit zu sehen. Weil, also ich mache ja eine Weihnachtspause, aber ich werde in Ruhe basteln und ein bisschen aufräumen. Und ich kann ja dabei filmen, wenn ich Zeug verbastle. Wenn Opa da Bock drauf hat, auch noch nach Weihnachten Karten zu sehen. Ich kann die ja auch ein bisschen winterlich gestalten oder so. Mal gucken. Aber, wie gesagt, ich habe das letztes Jahr nämlich auch gemacht. Da gab es YouTube noch nicht für mich. Und, also als YouTuber. Und da habe ich so ganz gemütlich, dann nach Weihnachten, wenn man alt erledigt hat, keine Geschenke mehr brauchen, sonst wie irgendwas Stress hat. So ganz gemütlich. Karten hier bastelt. Und das wollte ich eigentlich jetzt auch wieder machen. Und da kann ich ja die Kamera laufen lassen und ein bisschen mehr zusammenschnellen. Schreibt mir mal, ob ihr das möchtet, bitte. Jo, und jetzt geht's mal los. Also, das war die vorletzte Karte. Ich habe jetzt extra mal immer die Vorgabe. aufgehoben. Und ihr seht, ich bewege mich nicht so weit weg. Meistens mache ich die Karten nicht quer, sondern Hochformat. Weiß ich nicht, warum. Und ich entlaste sie ein bisschen farblich. Meistens mache ich sie heller. Also eine. Dann Nummer zwei. Also die, finde ich, ist zwar auch viel los, aber die ist trotzdem ruhiger als die. Ich meine, das ist alles so verteilt. Immer bei mir selbst so Fokuspunkte irgendwie. So. Dann die hier. Die finde ich besonders schön. Muss ich ehrlich sagen. Also wie gesagt, auch mit in. Zwei. Dann, jetzt kommen die Karten, die ihr noch nicht gesehen habt. Also die drei haben wir eben gebastelt. Jetzt kommt der Rest. Wartet mal, ich fange mal aber mit den, auch mit den kleinen an. Sonst kriegen wir hier hoch. Ja, jetzt liegt schon alles runter. Kriegen wir hier Platzprobleme. Okay, wieder hier ist die Vorgabe. Und hier ist der Dings. Und ihr seht wieder, wie der Hochformat. Das olle dunkle weg. Den Baum nochmal ausgeschnitten, dass er mehrere Dimensionen hat. Und dann im Prinzip den, das alles ein bisschen zentriert. Mehr habe ich nicht gemacht. Hier muss ich sagen, da finde ich das so ja besser als meine Karte. Das passiert halt auch. Da finde ich, ist jetzt bei mir zu viel los irgendwie. Aber da wollte ich auf Krampf, ich habe ja sowieso auf Krampf auch versucht, hier meine Reste zu verbasteln von dem anderen Papier. Aber, ja, das hätte ich mal lassen sollen. Aber gut, meine für ein Kind oder so. Die hier finde ich auch total zauberhaft. Schon alleine wegen dem Osterhasen im Winter. Leider reißen wir immer die Sachen noch ein. Ich weiß ja nicht, ob ich innen drin habe, ich auch meistens irgendwas gemacht. Das war hier die Vorgabe. Wie gesagt, auch auseinandergezerrt, ausgestanzt. Ich bin ja auch ein Stanzenfreak. Wenn ihr keine Stanzen habt, macht ihr einfach Vierecke schneiden oder mit einem Glas rundherum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, die siebte Karte. Irgendwie scheint mir das so wenig. Aber diesmal habe ich auch wirklich 1,1 meistens gemacht. Das ist die Vorgabe. Für mich auch wieder zu dunkel. Hier habe ich den geprägt. Habe auch innen wieder alles angebracht. Der ist geprägt mit Sternen. Das habe ich hier wieder umrandet. Das ist auch immer noch so ein Trick beim Ausschneiden, umranden. Die sind von zu, habe ich weggelassen. Best wisches, jo. Dann der Bär. Da muss ich echt sagen, den fand ich, ich war kurz davor, den wegzuschmeißen. Weil, ich meine, ganz ehrlich, was ist denn das für ein Grün? Und der so weiß. Also, ja, weiß nicht. Und außerdem, hier ist eine Mütze drauf. Hätte ich lustig gefunden. Aber da war keine Mütze. Ich schwöre. Ja, aber wie gesagt, auch wieder entzerrt. Auch wieder Hochformat. Anstatt, das ist ja eine 15x15-Karte, halt noch im Grün hinterlegt. Damit jetzt so ein bisschen abgeschwächt wird, dieses grelle Grün. Und es ist wieder zentriert. Und das war halt. So, jetzt kommen die 15x15-Karten. Also, die habt ihr hier schon gesehen. Da habe ich meine neue Stanze von Sizzix ausprobiert. Ist jetzt auch ein bisschen viel los. Die Mütze von dem Reh war da. Weil, da habe ich irgendwie verbummelt. Kommt ja auch mal vor. Und, ja, ich habe es halt einfach ein bisschen entzerrt, sag ich mal. Also, gut, durch die Sterne ist auch viel los. Aber ich finde es ja eigentlich schöner. So, wartet mal. Jetzt kommt wieder die. Da habe ich so eine blaue Glanzkarte genommen. Ich weiß ja nicht, ob ich immer innen drin was habe. Und hier ist die Vorgabe. Also wirklich sehr, sehr dicht dran. Nur einfach die Papiere auseinandergeschnitten. Und so ein bisschen, da kommt auch nochmal eine Dimension dadurch rein. Und hier habe ich es mal auseinandergezogen als Dreieck und mit Weiß hinterlegt. Wartet mal. Machen wir mal hier hin. So, und dann die vorvorletzte. Hier habe ich aus diesem Block mal so ein großes Motiv. Ihr kennt ja die Blöcke. Also hier stand Merry Christmas and a Happy New Year. Und ich habe halt einfach die Beben. Hier ist mal die Vorgabe. Die wollten sie so getrennt haben. Fand ich irgendwie doof. Hat mich zuerst an Tag erinnert. Da dachte ich, ich mache es dann Tag. Aber nee, ich wollte eine Karte machen. Da habe ich die Beben mal zusammengebracht. Und so finde ich das eigentlich echt süß. Und ich habe auch mal so ein großes Teil verwendet aus so einem Block. So, und die Beiden. Da fehlt mir jetzt die Vorgabe. Aber ich weiß genau, dass die aus einer Vorgabe entstanden ist. Und zwar. Ich gucke mal. Ich habe ja noch das Blatt da. Finde ich jetzt nicht hier. Das war die Vorgabe. Und ich habe zwei Karten draus. Ach, hier ist ja die Vorgabe. Ich bin so blind. Das ist die Vorgabe. Und ich habe das auseinandergezerrt. Und habe noch von mir hier Papier verwendet. Mit einem Dings. Dann die Sterne von der Stanze. Die habe ich hier verteilt. Und hier auch wieder die Sterne. Wieder einen Kreis ausgestanzt. Mein eigenes Papier genommen. Weil ich finde, dass das so besser wirkt. Die Zuckerstangen hatte ich auch noch irgendwie rumfliegen. Bisschen Band da dran geklebt. Und fertig. Ja, Leute. Wir haben es geschafft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Dreizehn. Naja, eine mehr. Habe ich gut gemacht. Nochmal 13 Karten. Ja. Ich danke euch für eure Geduld. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja. Ich hoffe, ihr folgt mir weiter beim Aufbrauchen meiner Weihnachtsmaterialien. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Tag, Abend, Morgen, was auch immer gerade kommt. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.